Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir Schweizerinnen und Schweizer sind nicht nur Weltmeister im Schokiessen, auch bei der Teigwaren kochen wir ganz vorne mit. Mit 10 Kilo pro Kopf und Jahr liegen wir weltweit, gerade nach den Italienern, auf dem zweiten Platz. Wie es sich aber für Schweizerinnen und Schweizer gehört, kommen nicht einfach Teigwaren auf den Tisch, sondern am liebsten Eierteigwaren wie die Gala. Gut 6 von 10 Packungen, die bei uns gekauft werden, sind Eierteigwaren. Erst nachher kommen Tipo Napoli Teigwaren und Vollkornspezialitäten. Haben Sie das gewusst, Armin? Es überrascht mich eigentlich nicht. Es sind eben ideale Teigwaren für die unkomplizierte Schweizer Küche, die die meisten gerne haben und die sich für die typischen Gerichte am besten eignen. Grüezi miteinander. Sie haben uns heute ja so ein typisches Schweizer Gericht mitgebracht. Ich darf auch gerade verraten, was es ist. Ein Teigwarenauflauf mit gehacktem. Bitte, Armin. Hörnchen oder andere Teigwaren al dente kochen, abtropfen und ein wenig abkühlen. Dann die Hälfte dieser Teigwaren in eine bebutterte Auflaufform geben und den Rest im See kurz abspülen, damit sie nicht kleben. Das Hackfleisch anbroten, Rüebli und Selleriwürfel und fein gehackte Zwiebeln und Knoblauch kurz mitdämpfen. Pelati und Tomatenpüree zufügen und mit Rotwein und Puyo ablöschen. Dann mit italienischen Kräutern, Pfeffer, Paprika und Salz würzen. Jetzt Mehl im Anken andünsten, mit Milch und Wasser ablöschen, glatt rühren und ebenfalls würzen. Die Soße ein paar Minuten köcherlen und den Reibkäse drin schmelzen. Wir unterbrechen das Rezept jetzt kurz und machen weiter mit einem aktuellen Beitrag. Immer noch wird es am Abend recht früh dunkel und das Risiko, dass sich unerwünscht ein Besuch meldet, ist gross. In unseren Bau- und Hobbymärkten finden Sie eine breite Palette an Problemlösungen zum Schutz von Ihrem Gebäude und zu Ihrer persönlichen Sicherheit. Schon mit einer einfachen Türkette kann man verhindern, dass sich jemand der Zutritt in die Wohnung erzwingt. Abschlussbare Fenstergriffe lassen sich von aussen nicht auftun und gewährleisten auch mehr Sicherheit für Kleinkinder. Einen gesicherten und blockierten Lichtschacht kann man nicht so ohne weiteres entfernen und der Einstieg in den Keller wird verhindert oder wenigstens erschwert. Neben diesen mechanischen Sicherheitsvorkehrungen finden Sie im GoPro und Hobbymärkten auch elektrische Wächter via Halogenstrahler mit Bewegungsmelder. Auch elektronische Schalltouren für individuell einstellbare Hausbeleuchtung oder Geräte während der Ferien und komplette Videoüberwachung sind mit Kamera, Mikrofon, Lautsprecher und Bildschirm für den effizienten Schutz von Ihrem Heim oder Betrieb sind im Sicherheitsangebot vom GoPro und Hobbymärkten vertreten. Ausführlich über alles informiert Sie ein Prospekt, das nächste Woche verteilt wird und bei Fragen wenden Sie sich am besten an Fachberater. Mit Fachberatung, wenn auch von einer ganz anderen Art, geht es jetzt weiter mit Armin Amrein. Wir sind vorher bei der Soße stehen geblieben. Die Hälfte dieser Fleisssoße auf die Teigwaren in die Form geben. Die Hälfte der Kässauce verteilen, dann wieder die Teigwaren und so weiter. Zum Schluss nochmal Sprints oder Parmesan drüber zu streuen und den Auflauf im vorgeheizenofen 20 Minuten backen. Danke Armin. Ein grosser Teil der Schweizer Eierteigwaren, die es für dieses Rezept braucht, werden übrigens bei Pasta Gala in Morsch hergestellt, der Teigwarenfabrik von Goop. Nach traditioneller Rezeptur und aus besten Zutaten entstehen hier auf modernsten Anlagen Tag für Tag Gala-Teigwaren in drei Eierqualität, in vielfältigen und abwechslungsreichen Formen. Nicht weniger als 17 verschiedene Sorten umfasst das Angebot von Gala und einige davon offerieren wir Ihnen im Moment als Aktion. Weitere Aktionen, die Sie diese Woche in unseren Läden antreffen. Clementine aus Spanien kostet 2,20 Euro. Und Tempotaschentüchle Ideal bei dem Wetter bekommen Sie überall 3 für 2 für nur 7,30 Euro. Mit der Go-Profit-Karte gibt es ein Mödel in Kochbutter, 90 Kg günstiger, denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke für Ihr Interesse, weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.